Die Frau Ja und nein, das kann dasselbe sein, weil sich das Glück auf der Welt so verhält, wie der Monat auf Dill. Frage eine Frau ganz allgemein, ob sie dich liebt, sie sagt zwar Nein, das heißt doch beinah so viel wie Ja. Ja und nein, das kann dasselbe sein, es kommt dabei nur der Mann, ob der Mann es anfühlt oder nicht. Wenn ich das verraten habe, werden sie verstehen, ich habe einen Grund und zwar habe ich den. Manche Männer kommen nämlich nicht selber darauf. Und sie machen Fehler über Fehler bei den Frauen, die sie nicht verstehen, die sie nicht nur schauen. Nur aus diesem Grund habe ich versucht, sie etwas aufzulehren. Ja und nein, das kann dasselbe sein, damit die Frau dann vielleicht ganz genau das erreicht, was sie haben will. Ja und nein, das kann dasselbe sein, weil sich das Glück auf der Welt so verhält, wie der Monat auf Dill. Frage eine Frau ganz allgemein, ob sie dich liebt, sie sagt zwar Nein, das heißt doch beinah so viel wie Ja. Ja und nein, das kann dasselbe sein, es kommt dabei nur der Mann, ob der Mann es anfühlt oder nicht. Frage eine Frau ganz allgemein, ob sie dich liebt, sie sagt zwar Nein, das heißt doch beinah so viel wie Ja. Ja und nein, das kann dasselbe sein, es kommt dabei nur der Mann, ob der Mann es anfühlt oder nicht. Ja und nein, das kann dasselbe sein, es kommt dabei nur der Mann, ob sie dich liebt. Dank rápida